Schnellfragerunde mit Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Chicken Curry oder Saumagen? Chicken Curry. Ich habe heute übrigens Co-Moderatoren dabei. Sargosen oder Karabatic? Beide. Dann hält man eine gute Mannschaft. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Sparfuchs oder Risiko-Invest? Sparfuchs. Kopf oder Bauchmensch? Kopf. Pokerface oder offenes Visier? Offenes Visier, aber ich kann auch mal pokern. Okay. Pokerst du auch, also spielst du auch Poker? Nee, aber das hätte ich beeindruckt. Das hätte ich gut gefunden. Rampenlicht oder Lampenfieber? Nee, Lampenfieber. Aber ich muss halt dann raus. Mit Lampenfieber ins Rampenlicht? Genau. Okay. Inkognito oder Löwenjogginghose? Inkognito. Ja, normalerweise inkognito. Aber manchmal ist es halt die Löwenjogginghose. Dadurch, dass wir ja hier auf den neuen Ein-Team-Ein-Team-Ein-Podcast-Folge hinweisen wollen, werden die Leute ja hören, was die wahre Antwort war. Die gibt es nämlich in Ein-Team-Ein-Podcast mit unserer Löwengeschäftsführerin Jenny Kettemann. Und auch mit Lotte, die hat auch kurz eine Rolle gespielt. Ja. 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 Das war's.